Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Andrea aus Andalusien, ja auch von Andalusien, aber auch vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute wieder mal mit einem sonntaglichen Auswahlorakel, das zeitlos ist, an dem jeder mitmachen darf, der mitmachen möchte, egal in welcher Situation er erstmal ist, wenn er mit dem Thema konform geht. Und das Thema heute ist, welches Geschenk wartet auf dich, innerhalb von deiner Liebesgeschichte, innerhalb von der Liebe. Es geht natürlich um Liebe und welches Geschenk wartet auf dich. Wir haben heute zwar den 25. Dezember, aber also Heiligabend ist ja jetzt schon vorbei. Trotzdem habe ich gedacht, gucken wir mal nach einem Geschenk. Und es ist ja auch ein zeitloses Reading, von daher, vielleicht siehst du es ja an Ostern oder an deinem Geburtstag, dann, genau, kannst du es ja auch mitnehmen. In Spanien übrigens, ich lebe ja in Spanien, ist der Bescherungstag der 6. Januar. Da wird nämlich das Geschenk von den Heiligen Drei Königen gebracht. Das nochmal zur Information. Okay, also welches Geschenk wartet auf dich? Ich werde da natürlich auch nochmal in die Energie von der Liebesgeschichte reingucken und nachfragen, je nachdem, welches Geschenk sich zeigt, was sich da noch so tut. Also ich lasse mich dann wieder leiten. Heute habe ich ein paar Mini-Decks, ein paar schöne Mini-Decks ausgesucht. Und zwar haben wir hier, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie es heißt. Das ist ein argentinisches Deck. Ich schreibe es dann hier oben rein. Und ich verlinke es ja auch immer in der Textbox. Ein selbst aufgelegtes argentinisches Deck. Ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendwas mit Seele heißt es, mit Alma. Das ist der Stapel Nummer 2. Das ist das Dennis Fertschild Tarot. Und das ist der Stapel Nummer 3. Das ist das Kawai-Tarot. Und du darfst jetzt einen Stapel aussuchen, wenn du wissen willst, welches Geschenk auf dich wartet. Machen wir heute eine kleine Bescherung. Ja, und wie immer, wie gesagt, mache ich unten in der Textbox, verlinke ich die Zeitmarkierungen zu den einzelnen Stapeln. Dann kannst du springen. Und ich verlinke dort auch immer die Decks, die ich verwende, falls irgendeiner Interesse hat an einem Deck. Und dann weiß man auch letztendlich, wie dieses heißt. Genau. Okay, 1, 2 oder 3. Ich denke, du hast dich entschieden. Und ich denke, wir machen weiter, weil ich bin ganz neugierig auf das Geschenk, was auf dich wartet. Ja, ihr Lieben, hier ist jetzt der Stapel Nummer 1. Und wir haben hier das Tarot-Deck. Tarot, el portal del alma heißt das. Das heißt also Tarot, das ist das Portal der Seele. Ja, so heißt das Deck. Und das fragen wir jetzt erst mal nach der Energie, damit wir wissen, in welcher Situation du steckst gerade. Und dann fragen wir, welches Geschenk auf dich wartet. Und werden dann vielleicht noch mal tiefer gehen. Erst mal gucken, wie deine Energie ist in deiner Liebesgeschichte, wie die Energie von deiner Liebesgeschichte ist. Damit du dann auch ungefähr weißt, ob das jetzt hier auch deine Legung ist, ja. Okay, was haben wir hier? Oh, wir haben hier die Königin der Kelche. Wir haben den Teufel und die Zehn der Kelche. Leute, also die Energie in deiner Liebesgeschichte ist so, hier ist ganz viel Liebe, ganz viel mit der Zehn der Kelche und der Königin der Kelche, würde ich sagen, auch überschäumende Liebe mit einem Menschen, mit dem du zu tun hast. Es kann sein, dass es bereits in einer Verbindung, in einer bereits gelebten Verbindung ist. Es kann aber auch sein, dass du den getroffen hast oder energetisch spürst. Ich würde sogar eher fast mit den Kelchen sagen, das ist eine sehr energetische Geschichte zusätzlich, auch wenn man sich vielleicht irdisch schon getroffen hat. Und hier haben wir aber auch das Teufelchen. Es ist also eine Verbindung, die schwierig ist. Also wenn das eine Verbindung widerspiegelt, egal ob es eine gelebte Verbindung ist oder ob es eine energetische Verbindung ist oder sonst irgendwas, dann ist da irgendwas, dann wird man ständig an seine eigenen inneren Schatten, werden einem da aufgezeigt, ja. Weil hier ist ganz viel Leichtigkeit und der Teufel ist schwerer. Also hier ist eine gewisse Schwere drin, obwohl die Liebe eigentlich leicht gelebt werden könnte. Vielleicht ist auch dein Gegenüber dann irgendwie noch nicht so weit oder du. Also hier wird auf alle Fälle, hier werden Schattenanteile immer wieder hochgespült durch die Begegnung mit diesen Menschen. Solltest du jetzt Single sein, ist es so, dass du auf der einen Seite die Chance hast, jetzt in eine neue Liebesgeschichte zu gehen. Auf der anderen Seite ist aber hier noch ein bisschen Schattenarbeit zu tun. Vielleicht ist es dann so, dass du eher die Energie hast, ja, ich möchte in eine Liebesgeschichte, in eine neue und ich möchte dies und jenes machen, aber eigentlich solltest du dir noch mal ein paar Teile angucken, ein paar Ängste, ein paar Schattenanteile, vielleicht sogar auch die Angst, dass du in Abhängigkeiten geraten könntest. Und eigentlich wünschst du dir eine Seelenverbindung, die frei und leicht gelebt wird, aber du hast hier noch einen Anteil, der eben sich angeschaut werden darf. Und das Gleiche gilt übrigens auch für alle anderen Situationen logischerweise. Das ist die Energie. Also die Energie ist wunderschön, hier fließt es, aber es kann noch nicht so richtig fließen, weil hier noch ein paar Baustellen sind. Ja, okay, dann gucken wir uns jetzt mal das Geschenk an. Was wird dir denn jetzt hier geschenkt? Warte mal, vielleicht kann man das auch so machen, dass die rausfallen. Nee, die kleben etwas. Was ist das Geschenk? Was ist hier das Geschenk? Das habe ich schon wieder am Anfang vergessen zu sagen, dass wenn du nicht mit dieser Legung konform gehst, dass du sie dann bitte weglegst, weil es eine allgemeine Legung ist. Genau, das hatte ich vergessen zu sagen, während wir uns jetzt hier das Geschenk angucken. So, wir haben hier die Drei der Schwerter, den Tod, das Ass der Kelche. Oh, ich lese Karten nicht verkehrt drum. Und die, warte mal, ich nehme die hier. Was ist denn das jetzt? Die Acht der Stäbe. Dein Geschenk ist eigentlich, dass du mit dem abschließen kannst, was dich hier noch triggert und was dir Kopfschmerzen bereitet. Dein Geschenk ist eigentlich die Liebe. Und mit dem Ass der Kelche und der Acht der Stäbe ist da ganz viel Bewegung in deiner Liebesgeschichte. Und Liebe möchte gelebt werden. Und in dieser Ass der Kelche ist es ja auch so, dass man hier so richtig aus dem Herzen heraus, ja, oder auch hier ist das Herz, ja, also es, dein Geschenk ist, dass du jetzt der Zeitpunkt ist, wo du deine, dein Herz wirklich auch öffnen darfst und rausgehen darfst. Aus dem Kopfkino. Ja, du hast hier irgendwas in deinem Herzen eingesperrt. Guck mal, wie sie da hier in dem Herz sitzt und Angst hat. Ja, das ist, das passiert oft, wenn man sehr im Kopf ist, wenn man den, der eigenen Intuition nicht vertraut, wenn man deinem eigenen Gefühl nicht vertraut. Und hier ist ganz viel Gefühl, also es, das Geschenk ist eigentlich die Liebe. Weil die möchte mir den Acht der Stäben, möchte die zu dir gelangen. Aber im Moment bist du hier mit dem Teufel noch so angetricksert, auf verschiedenen Ebenen vielleicht, vielleicht ist es auch nur ein Thema, vielleicht sind es verschiedene kleine Themen, dass du dich verschließt. Du hast dich selbst in deinem Herzen eingeschlossen. Und dadurch kann kein anderer Mensch rein. Und das Geschenk ist, die Herzöffnung. Das Geschenk ist, dass du jetzt dein Herz öffnen darfst und dass dir geholfen wird, bei diesen Ängsten, die du vielleicht noch hast, dich dieser Liebe hinzugeben. Wir haben hier dreimal die Kelche und dreimal auch Karten von den Kelchen, die unheimlich fließend sind. Die Zehn der Kelche, das Ast der Kelche, die Königin der Kelche, das ist doppeltes Wasser, das fließt nur so. Und mit den Acht der Stäben, guck mal, und sie lässt sich mit den Acht der Stäben in das Leben fallen. Und dir fehlt es ans Vertrauen, dich in diese Liebe, die noch zu dir kommt oder auch schon da ist, das ist jetzt, kommt auf deine Situation an, dich in diese Liebe reinfallen zu lassen. Und das Geschenk ist jetzt, dass du dich in diese Liebe reinfallen lassen darfst. Und ich glaube, ich brauche gar nicht mehr Karten. Ich lege jetzt noch die oberste und die unterste Karte. Da haben wir die Zehn der, ja, das war die, die ich eben weggelegt hatte. Die Zehn der Stäbe und was haben wir hier? Den Turm und dann nehmen wir nochmal die zweite oberste und die zweite Kelche. Also Babe, das Geschenk ist die Liebe. Das Geschenk ist auch ein Gegenüber, der wirklich auch Liebe für dich hat. Und diese Liebe kann auf eine wundervolle Art und Weise nämlich fließend und hingebungsvoll gelebt werden. Aber bei dir darf noch was aufbrechen hier mit dem Turm und den Zehn der Stäben. Ja, bei dir darf noch was aufbrechen. Du hast noch alten Ballast, den du mit dir rumschleppst und kannst dich noch nicht öffnen. Und das Geschenk ist auch die Herzöffnung, wenn du dich, wenn du dich dazu bereit erklärst, natürlich. Das ist dann nochmal das Ding. So, jetzt gucken wir mal, was wir vielleicht noch für eine Karte. Ich glaube, ich, guck mal, wir haben hier auch noch die, das sind nämlich auch spanische Karten. Legen wir die, das Oraculo de la Esperanza, das ist das Orakel der Hoffnung. Da möchten noch Karten sprechen. Komm, Orakel der Hoffnung. Eine. Ne, das sind aber jetzt, oh, das, wenn die so kleben, das mag ich nicht, weil die sollen bei mir gemischt rausfallen. Also, mal gucken, ob wir noch irgendeine Karte haben. Ich glaube, ich lege auch noch das Mondorakel. Fällt mir gerade ein, weil das hier so mit so viel Gefühl auch, so viele Kelchkarten. Das ist unglaublich. und auch drei große Arcanas übrigens, was mir sagt, dass das eine gewisse Wichtigkeit hat und dass es auch eine gewisse Bewusstseinsebene gerade betrifft. Also, guck dir noch deine Baustellen an. Guck dir noch deine, ähm, ja, das, was hier, du, du bist noch in einem Glaubensmustersystem oder in einem, weiß ich nicht was, das darf gehen, so was haben wir jetzt hier. Wir haben den Dialog, man soll kommunizieren. Wir haben das Essentielle. Vielleicht sollst du mit deiner Essenz kommunizieren, nämlich mit deiner Seele, mit deinem Herzen, ja. Wenn du ein Gegenüber hast, ist es vielleicht auch wichtig, mit dem zu, äh, kommunizieren. Und wir haben Encuentro, also das ist die Begegnung. Also hier ist auf alle Fälle das Geschenk einer Begegnung mit einem Menschen, äh, der auf deiner Herzebene ist, mit dem du eine wundervolle Verbindung leben kannst, egal ob du bereits schon mit diesem Menschen zusammen bist oder nicht. Und, ähm, du hast hier aber noch eine Baustelle mit deinen Schatten, mit, mit Ängsten und das möchte aufbrechen. Und das ist letztendlich das Geschenk, weil wir haben ja die zwei der Kelche. Und guck mal, was für eine Hingabe und für eine Einheit das ist hier. Ja, also, es geht hier schon für mich auch um eine Seelenverbindung. Und mit dem, mit der Essenz, die hier auch noch angezeigt wird, lo essential, ähm, sagt mir das auch, dass, dass es eben auch um die Seele geht. Und du solltest mit dir selber mal einen Dialog führen, glaube ich. Mit, mit deinen Ängsten vielleicht auch oder mit deinen Zweifeln oder mit deinen Schatten. Manchmal hilft es, wenn man einfach mit dem spricht, was einen behindert. Ja, weil wenn du Angst hast, hol dir die Angst und sag, hey, Babe, was geht denn hier eigentlich ab? Erzähl mir mal, warum, warum du ständig auftauchst. Und dann, wenn du das personalisierst, dann hat die Angst nicht mehr so eine Größe. Dann wird sie immer kleiner. Ja, legen wir jetzt noch die Mondkarten oder nicht? Ich glaube schon. Warte, ich muss dann mal kurz stoppen. So, gucken wir mal, was das Monology Manifestation Deck hier noch sagt. Ob es hier irgendwie noch eine Info gibt. Irgendwie habe ich das jetzt nicht gut in der Hand. Die flutschen nicht so gut. Dann ist das immer schwierig, da eine Karte rauszuholen. Was haben wir hier jetzt? Denn Vollmond in den Zwillingen, du sollst den Flow des Lebens umarmen. Und hier fließt es. Also, du sollst eigentlich die Liebe umarmen, die in deiner Liebesgeschichte ist. Ja, den sollst du umarmen. Und hier haben wir auch, guck mal, wir haben hier zwei Karten. Interessant, zwei im Zwilling. Zwilling ist ja auch immer zwei. Vielleicht geht es hier wirklich um sowas wie die Zwillingsseele. Ich meine, ich mache da keine Kategorisierungen, wenn es um Seelenverbindungen geht. Aber das ist mir gerade aufgefallen. Und immer hier ein Gegenüber. Und hier haben wir ja auch die Kommunikation. Vielleicht gilt es jetzt wirklich auch, mit dir selber zu kommunizieren. Ja, mit deinem Inneren, mit deiner Essenz, mit deiner Seele. Das wird hier zwar jetzt nicht angezeigt, aber hier steht es. Speak your world into being. Also sprech das aus. Speak your world into being. Oh je, das ist jetzt schwierig zu übersetzen. Moment. Also ich übersetze das jetzt mal so. Vielleicht ist es falsch. Sprech deine Welt in dein Sein. Also hier ist schon ein Gespräch mit dir selbst. Es ist wichtig, dass du fühlen lernst, wirklich fühlen lernst, hier, was hier überhaupt abgeht. und es ist wichtig, dass du mit dir selbst ein Gespräch führst. Das habe ich ja hier auch schon gesagt. Und dass du diesen Flow, der hier ist, hier ist ein richtiger Flow, dass du den auch umarmst und geschehen lässt. Lass es geschehen. Lass es geschehen, was da passiert. Und wenn dann irgendwas aufploppt von deinem Teufelchen, was dir dein Teufelchen hier noch erzählen will, irgendwelche Abhängigkeiten, Machtgeschichten, das ist aber Vergangenes, was hier dann aufploppt. Da ist noch ein vergangener Schmerz, der immer wieder aufploppt und der dich nicht das leben lässt, was hier eigentlich als Geschenk angeboten wird, nämlich die Liebe. Und eine wirklich fließende, schöne Liebe, die natürlich sicherlich auch ihre kleinen Unebenheiten hat, aber ist ja immer so, aber die auf alle Fälle gelebt werden möchte und die fließt und von meiner Sicht von der Seele her auch kommt. Wir haben hier das Glück, das kleine Alltagsglück sozusagen, der Klee. Wir haben hier die Festigkeit, also den Anker und wir haben das Buch. Und das Buch ist für mich in Lennomo auch immer so eine Geschichte, das ist das unausgesprochene Wort oder das Nichtwissen beziehungsweise das Wissen im tiefen Inneren ist für mich immer auch in so Liebesgeschichten und gerade hier so, dass die Karte, hier ist eine ganz, eine Geschichte, die man noch nicht so greifen kann. Man kann es noch nicht so greifen. Und du darfst es jetzt greifen, das ist das Geschenk. Ja, du darfst es jetzt greifen hier und verankern, die Liebe. Du darfst es greifen und verankern und dann kann es schön werden im Alltag. Ja, also, das Geschenk hier ist die Liebe, das Geschenk hier ist die Herzöffnung und das Geschenk ist eigentlich auch das Teufelchen so ein Stück weit, was dich nochmal darauf hinspüren lässt, was du dir anschauen darfst, damit du alte Glaubensmuster, alte Verbindungen, alte Geschichten, die dich abhalten, hier in den Flow zu kommen, dir nochmal anzuschauen. Und der Flow ist hier ganz wichtig. Gib dich dem Flow hin, sprech mit deinen Ängsten, sprech mit deinem Teufelchen. Egal, um was es für eine Verbindung hier jetzt geht, weil hier ist wirklich eine unheimlich schöne Liebe, die gelebt werden möchte. Und das ist das Geschenk. Und jetzt mache ich Schluss. Spür bitte hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich total, weil das eine unheimlich schöne Energie hat. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Und wenn du noch eine Frage hast oder wenn du vielleicht eventuell auch noch eine private Lesung haben möchtest von mir, die ein bisschen tiefer geht, dann darfst du mich natürlich gerne anschreiben. Und zwar findest du meine Telefonnummer, die da ganz wichtig ist zum Anschreiben, die findest du auf meiner Webseite andreawirk.com Da findest du dann auch meine ganzen Messenger-Ups und das sind dann WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer und du darfst mich über eine von diesen dann anschreiben. Okay, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss! Ihr Lieben vom zweiten Stapel, das ist jetzt das David, nee, Daniel, nee, Dennis, Dennis Fairchild Tarot. Fragen wir das mal, ja, was für ein Geschenk auf dich wartet in deiner Liebesgeschichte, in der Liebe. Und als erstes werden wir uns natürlich erst mal die Energie angucken von dir und deiner Liebesgeschichte, damit du dann auch ungefähr weißt, ob es auch irgendwie deine Legung ist, ja. Und solltest du jetzt reinfühlen und merken, es ist nicht deine Legung, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Und genau, das sollte man immer im Kopf haben. Für konkrete Legungen kann man dann ja privat sich Karten legen lassen. Von mir oder aber auch von anderen. je nachdem, was du gerne magst. So. Gucken wir uns mal an, wie deine Energie gerade ist. Wir haben die Acht der Schwerter. Die Königin der Kelche hatten wir eben schon und den Gehengten. Also hier, auch hier in dieser Legung ist Liebe im Energiefeld, in deiner Liebesgeschichte, auch ganz viel fließende Liebe, aber man hängt in einem Kopfkino fest. mit der Acht der Schwerter und ja, man hängt fest. Vielleicht kann die Liebe nicht fließen, weil irgendwelche Sachen mit deinem, ja, es betrifft eigentlich jetzt alles. Das kann Single-Dasein sein, dass es gerade nicht fließen kann, richtig, weil du eben noch irgendwelche Geschichten mit dir rumträgst, besonders aber Kopfkino-Geschichten. Also hier geht es hauptsächlich um Geschichten, die man, wo man sich selber einsperrt, die mit dem Außen zu tun haben, also Meinungen von Außen oder Glaubensmuster, die man eben auferlegt bekommen hat in der Vergangenheit. Das ist ja auch von Außen. Also Dinge von Außen, die man mit dem Verstand auswertet und deswegen kann die Liebe nicht fließen und deswegen hängt man in der Liebesgeschichte gerade fest. Und das kann jetzt wirklich alle Situationen, fühlt sich vielleicht sogar auch als Opfer, aber dieser Gehengte ist auch eine Chance, nämlich die Dinge einfach mal dieses Festhängen zu nutzen, um mal eine Überprüfung zu machen und innen und außen den Horizont zu erweitern, im Außen und im Innen und dann wirst du nämlich merken, dass hier ganz viel Liebe ist in deiner Liebesgeschichte oder Liebe kommen möchte. Also wenn du jetzt Single bist und da noch nichts ist, dann will die Liebe rein, dann will es fließen und wenn du, egal in welcher Verbindung du jetzt bist, ob es eine feste Verbindung ist oder noch nicht eine richtige Verbindung oder gerade kennengelernt oder on off oder nur energetisch, bist du hier, du machst dir selber dein Gefängnis letztendlich, du könntest rausgehen, das ist die Energie, ja. So, jetzt gucken wir uns mal das Geschenk an. Also du könntest rausgehen, wenn du deinen Kopf abstellst und mal wirklich auf dein Herz hörst und die Dinge fließen lässt und dein, deine Intuition, deiner Intuition vertraust und deinen Gefühlen vor allen Dingen auch vertraust und dann könnte es fließen, aber das tust du gerade nicht und deswegen sind hier diese Karten, die so ein bisschen dich einsperren. Man hängt fest, man ist eingesperrt, ja. So, was haben wir jetzt als Geschenk? Wir haben den Herrscher, den Stern, wow! Wir haben die 10 der Stäbe und wir haben das Ast der Kelche, Baby, auch hier. Also hier ist auf alle Fälle auch ein Mensch angezeigt, das war in der ersten Legung nicht, da war nur angezeigt, dass da Liebe fließen möchte, aber hier ist ein Mensch, der als Geschenk kommt, ein sehr gefestigter Mensch, ein sehr geradliniger Mensch, ein sehr herzoffener Mensch auch, ein Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht und der mit den Dingen im Leben auch umgehen kann, ja, und das ist ein Sternengeschenk. Das heißt, vielleicht sogar auch, ein vom Universum geführtes, ist es ja sowieso meistens Begegnung, die vielleicht eben auch sowas wie eine kosmische Verbindung ist oder eine Seelenverbindung, ja. Das Ast der Kelche sagt mir das eigentlich auch, aber hier ist noch, in dem Geschenk enthalten ist, dass du aufräumst, weil wenn du nicht aufräumst, bei dir drinnen, nämlich hier, das hier, dann wirst du dieses Geschenk gar nicht annehmen können, dann wirst du es vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Aber hier kommt wirklich ein Mensch rein, mit dem Stern zusammen sogar auch ein wirklich toller Mensch, vielleicht sogar dein Traummensch, ich will jetzt nicht übertreiben, weil ich will hier nicht Hoffnungen erwecken, aber so kommt mir das gerade vor, der, ja, der eben ganz viel Liebe hat und die Liebe möchte fließen und du bist aber noch nicht wirklich bereit dazu. Du schleppst noch alte Sachen mit dir rum, die dich hier festhalten. Was gibt es denn noch zu wissen? Vielleicht auch zu dem Mann. Eine Karte für den Mann oder zwei und dann hier nochmal vielleicht zum Geschenk. Also Mann, sage ich jetzt, weil es ein Emperor ist, es kann natürlich auch eine Frau sein. Ich mache da eigentlich keinen Unterschied. Also, was haben wir hier zu dem Menschen, der zu dir reinkommt? Ein Ritter, der Stäbe haben wir hier. Also hier ist ein Mensch, der ganz viel Feuer hat, der sehr feurig auch ist. Ich meine, der Herrscher ist ja auch die Witterenergie, ja, und hier haben wir auch nochmal eine Feuerenergie. Vielleicht ist das ein Mensch, der in seinem Horoskop sehr viel Feuerenergie hat, dass er vielleicht als Sternzeichen ein Feuerzeichen ist, also Witter, Schütze oder Löwe oder dass er das im Mond hat oder dass er das als Aszendent hat oder einfach die Konstellationen so sind, dass er sehr viel Feuer hat. Er ist aber auch ein sehr inspirierender Mensch hier mit dem Stern und mit dem Teufel triggert er dir vielleicht auch Sachen. Ja, er triggert dir vielleicht Dinge, aber nicht böswillig, sondern weil du einfach noch nicht bereit bist. Und ja, hier haben wir noch die zweite Schwerter, was mir so sagt, dass du eben auch nicht weißt, also du bist sehr im Verstand, du solltest wirklich in dein Gefühl gehen, in deine Intuition, dann wirst du diesen Menschen auch sehen. Im Moment siehst du ihn vielleicht noch nicht und empfindest ihn eher als negativ oder als Versuchung. Ja, der Teufel ist ja auch die Versuchung, weil du hier eben noch eine Schiene hast, wo ich sagen würde, ja, du engst dich selber ein, du traust dich noch nicht, dein Herz zu öffnen. Auch hier geht es um die Herzöffnung hier mit dem Ritter der Kelche. Das liegt ja hier auf dem Ast der Kelche. Also hier geht es um die Herzöffnung. Da ist, das Geschenk ist ein wirklich aufrichtiger Mensch, der vielleicht auch manchmal ein bisschen abenteuerlich ist und der aber sehr inspirierend ist und voller Ideen und Kreativität und eigentlich auch so ein Macher. So ein Mensch ist in deinem Leben, der ganz viel Liebe hat und das möchte gelebt werden und fließen, aber du versperrst dich hier noch und das ist das Geschenk, dass dieser Mensch kommt und du dein Herz öffnen darfst. Das gehört auch noch mit in das Geschenk rein, die Herzöffnung. Ja, so was haben wir hier noch in der obersten und untersten Karte. Jetzt haben wir hier auch drei, hatten wir vorhin schon. Sieht man das überhaupt noch? Da haben wir noch mal eine Zwei, nämlich die Zwei der Pentakel, den Parschen der Kelche und den Parschen der Schwerter. Und das sagt mir, du darfst dich jetzt öffnen. Du darfst rausgehen aus deinen Zweifeln, Selbstzweifeln vielleicht auch und aus deinen Ängsten und darfst mit dem Leben auch ein Stück weit spielen. Ja, und er hat den Schlüssel in der Hand. Du darfst dich öffnen. Wir haben zwei Zweierkarten. Zwei ist auch immer Partnerschaft. Zwei ist immer Dualität. Das heißt, hier mit dem Parschen der Kelche und dem Parschen der Schwerter, der für mich auch die Authentizität immer ist. Also das Geschenk ist einmal ein Mensch, der ganz viel Liebe für dich hat, der die Liebe auch in deiner Liebesgeschichte fließen lässt, was gut werden kann. Das Geschenk ist aber auch die Herzöffnung, dass du jetzt dein Herz öffnen darfst und einen alten Ballast ablegen kannst, der dich hier einengt. Du bist gerade sehr eingeengt in deiner Liebesgeschichte. Die Energie ist sehr einengend, obwohl es fließen möchte. Es kann nicht fließen, weil es eingeengt ist. Das ist letztendlich das Geschenk. Und auch hier will ich von den spanischen Orakel der Hoffnung, Oraculo de la Esperanza nennt sich das, ein, zwei Karten ziehen. Will eine raus. Noch eine. Okay, was haben wir? Wir haben Frieden. Sei konkret. Wir haben den Wachstum und hier haben wir noch die Fantasie. Und das ist der Punkt. Du lässt, weil Liebe ist für mich auch Fantasie. Liebe ist zum einen Frieden, ja? Und Schönheit. Aber Liebe ist auch ein Stück weit Fantasie, nämlich nicht im negativen Sinne, dass man alle fantasiert und in der Illusion lebt, sondern dass man dann inspiriert ist einfach, ja? Und du darfst dich jetzt öffnen, raus aus deinem ewigen Verstandeskino. Vielleicht ist dein Ego hier auch noch sehr groß und vielleicht triggert eben dieser Mensch dein Ego auch an mit dem Teufel. Also hier kämpft noch dein Ego gegen dieses Fließen, würde ich fast sagen, ja? Und das lässt dich festhängen und als Opfer fühlen. Aber wenn du in die Inspiration, nenne ich jetzt mal die Fantasie besser, oder auch in die Träume gehst, träum einfach mal groß, ja? Auch hier der Frieden. Letztendlich ist die zwei der Schwerter auch der innere Frieden, wenn man eben in sich geht und nicht im Außen ist und guckt, welchen Weg muss ich gehen, sondern wenn man geh mal in dich hinein jetzt. Spür das. Spür deine Liebe zu dir selbst und spür die Liebe, die in deiner Liebesgeschichte eigentlich als Energie schon fließt. Und dann wirst du auch diesen Menschen erkennen. Vielleicht weißt du auch schon, um welchen Menschen es geht. Vielleicht ist der ja auch schon in deinem Leben. Aber er will auf alle Fälle mit dir großes Leben. Und du versperrst dich hier irgendwie noch. Wenn er noch nicht in deinem Leben ist, dann öffne dich, dann kommt da. Und sei konkret mit dir. ja, es darf wachsen. Es darf wachsen, Baby. Ich weiß nicht, ob ich hier auch die Mondkarten lege. Fühlt sich so an, weil es hier auch so sehr um Gefühle geht, auch wenn es jetzt von der Grafik her hier komplett andere Karten sind. wenn du mich fragst, wenn du mich fragst, aber mich fragt ja keiner. Wir legen hier auch die Mondkarten. Wegen dieser Liebe, die hier fließen möchte. Und hier haben wir auch einen ganz konkreten, sehr kraftvollen, ups, die hatten wir vorhin, die war irgendwie aufgedeckt, einen sehr kraftvollen Mensch handelt. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben die Schütze-Energie. Der letzte Halbmond im Schützen. Wow, wir haben ja hier auch Feuer. Wir haben zweimal Feuer. Das sagt mir, hier kommt ein feuriger Mensch auf alle Fälle. Also Feuermensch. Also, du sollst mit dem Schützen im Last Quarter Moon sollst du Dankbarkeit praktizieren und du sollst go for it. Der Neumond im Arias, der Neumond im Witter. Du sollst jetzt losgehen. Dich der Liebe hingeben und für mich ist so der Schütze natürlich auch die Weite und auch das Rausgehen aus aus dem aus dem Ja, aus dieser Enge so ein Stück weit und vielleicht auch wirklich einfach dankbar sein für das, was schon da ist. Für das, was da an Liebe eigentlich schon da ist und wenn da noch kein Mensch ist, ist trotzdem Liebe da. Es fließt in deiner Liebesgeschichte, dann fließt es vielleicht auch in dir selbst und du merkst es gar nicht und denkst, du hängst fest, weil du so sehr im Kopf bist. Hier geht es vielleicht auch erstmal nur um die Selbstliebe. und du darfst dankbar sein für das, was in deiner Liebesgeschichte passiert ist, auch für die Dinge, die dich vielleicht angetrickstert haben und die dir jetzt Kopfschmerzen machen und die dich als Opfer fühlen lassen. Dankbarkeit ist immer wichtig im Leben, aber ich würde diesen Schützen Halbmond jetzt anders noch interpretieren, nämlich, dass du dich auch weiten darfst, dein Herz öffnen darfst und deinen Geist auf alle Fälle öffnen darf. Du hast deinen Geist hier im Moment überhaupt nicht offen. Du bist von deinem Verstand total eingeschränkt und deswegen bist du hier auch so ein bisschen im Opfer. Ja, also auf alle Fälle ist hier ein riesengroßes Geschenk. Das ist wunderbar. Ein Mensch, der ganz viel Liebe und Feuer hat, möchte in dein Leben kommen oder ist schon in deinem Leben und du lässt ihn aber nicht rein und das Geschenk ist dann auch die Herzöffnung und die Öffnung des Herzens und des Geistes, weil du bist sehr im Verstand. Ich mache nochmal einen Unterschied zwischen Geist und Verstand. So, möchte hier jetzt irgendeine Karte noch von unserem Lenomo hier raus. Oh, wir haben ja auch das Haus, das möchte ich euch nicht enthalten mit dem Ass, mit dem König der Herzen. Du kannst zu Hause ankommen. Wir haben hier den Herren, dein Gegenüber. Das kann auch eine Frau sein, wenn du jetzt ein Mann bist. Den Ring, wow, den Herren, den Ring und das Gegenüber. Und wir haben die Vögelchen, was mir so ein bisschen sagt, das sind vielleicht die Vögelchen in deinem Kopf, die da rumzwitschern und sagen, pass auf, pass auf. oder das sind die Vögelchen draußen, deine Umgebung, die sagt, hey Babe, so dieses Gequatsche, was so im Außen immer ist, wo man oft drauf hört, diese, wie nennt sich das, wenn andere über alles mögliche reden und ihre Meinung dazu geben, das können auch die Vögelchen sein, ich komme jetzt gerade nicht auf das Wort, aber die Vögelchen können auch bedeuten, Schmetterlinge im Bauch. Ja, also hier ist auf alle Fälle, hier darfst du auf alle Fälle nochmal rausgehen aus dem Gequatsche in deinem Kopf, in deinem, was dir von außen eingequatscht wird und darfst, ja, du darfst zu Hause ankommen mit diesen Menschen hier, da ist sogar vielleicht eine, also hier ist auf alle Fälle eine feste Verbindung drin, ja, wenn du aus dem Gequatsche rausgehst. Mit der siebendere, was haben wir denn hier, des Karos, ja, das ist ja auch so immer, ja, nee, das ist eigentlich eher die Wartekarte, aber, ja, das ist die Legung, also hier ist ein riesenfettes Geschenk, Baby, öffne dich, kann ich nur sagen, öffne dich, ja, spüre hinein, ob das deine Energie ist, gerade hier die, wenn ja, dann freue ich mich, wenn das hier deine Legung ist und kann dir nur sagen, herzlichen Glückwunsch, nimm das Geschenk an, arbeite an dir, wenn, wenn du das natürlich möchtest, wenn es nicht deine Legung ist, leg sie weg, es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden Zoo treffen und wenn du noch Fragen hast oder wenn du vielleicht noch eine private Lesung haben möchtest zu dem Thema oder einem anderen Thema, darfst du dich natürlich gerne an mich wenden, du findest mich auf meiner Webseite, da ist meine Telefonnummer angegeben und auch meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Streamer und du darfst mich über eine von diesen dann anschreiben, ja, oder ansprechen im Sinne von Sprachnachricht, aber nicht anrufen, genau, ja, ich wünsche dir alles Liebe und ich danke dir sehr fürs Mitmachen, superschön, nimm das Geschenk an, rate ich dir, tschüss. So, ihr Lieben, vom dritten Stapel, das ist jetzt das Kawai-Taro und das fragen wir jetzt mal, was es uns zu sagen hat bezüglich deinem Geschenk, was auf dich wartet, es wartet ein Geschenk auf dich, aber wir gucken uns als allererstes an, wie deine Energie ist, damit du weißt, ob das deine Legung ist, weil du solltest natürlich auch genau hineinspüren, ob das deine Legung ist und wenn es nämlich nicht deine Legung ist, leg sie weg, weil es ist eine allgemeine Legung, ja, okay, bin ich zu weit oben, ich kann es gar nicht sehen, ja, deine Energie ist der Gehengte, hatten wir eben schon, schon wieder die Königin der Kelche, die hatten wir jetzt in allen drei Legungen in der Energie und die Stärke, also auch hier fließt Liebe, also ist in dem, die Energie ist Liebe, aber man hängt fest, weil man vielleicht noch nicht die Kraft hat, diese Liebe auch zuzulassen, die Stärkekarte ist ja auch immer so, dass man sich mit seinem inneren wilden Mann, seinem inneren wilden, mit seinem inneren wilden auseinandersetzt, was manchmal auch noch sehr egobehaftet sein kann, wo man eben dann auch Ängste hat und Zweifel, die man eben sich angucken darf, um dann eben in seine Kraft zu kommen, also sein Inneres, was man, was einen immer mal wieder trickert, das ist dann in dem Fall auch ähnlich wie beim Teufel, so würde ich den Löwen jetzt zumindest lesen, den kann man unterschiedlich lesen und dich trickern hier noch Sachen an, dich trickern, trickern, nicht trickern, trickern dir noch Sachen an, dass diese Liebe gar nicht fließen kann, die Liebe kann gar nicht fließen, weil in deiner Liebesgeschichte nicht die Kraft dazu da ist, diese Liebe auch leben zu können und deswegen hängt eigentlich deine Liebesgeschichte gerade und vielleicht fühlst du dich auch ein Stück weit als Opfer und aber dieser Gehengte, das habe ich eben schon in der zweiten Legung gesagt, ist auch eine Chance, nämlich wenn was nicht, wenn was gerade nicht läuft, dann kann man dieses nicht laufen auch dazu verwenden, einfach mal in sich zu schauen und um sich herum und zwar mit einer erweiterten Wahrnehmung und dann wird man nämlich Dinge entdecken, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, weil dann wirst du vielleicht auch entdecken, dass es eigentlich fließen möchte, nämlich die Liebe, die Liebe möchte fließen, vielleicht fließt aber auch so viel Liebe, dass du eben einen Stöpsel reinstecken musst, weil du damit gar nicht umgehen kannst, kann natürlich auch sein, ne, aber hier ist auf alle Fälle ganz viel Liebe, die fließen möchte und es geht gerade nicht, weil du nicht in deiner Kraft bist, weil du dich vielleicht mit den Ängsten und Zweifeln gerade nicht auseinandersetzt oder weil dir das alles zu viel wird und dein innerer Löwe, dein inneres Monster total laut brüllt und du ihn aber nicht zähmen kannst oder dich mit ihm nicht arrangieren kannst und jetzt fragen wir nach dem Geschenk, was für ein Geschenk wartet denn jetzt auf dich innerhalb von deiner Liebesgeschichte und der Liebe, die Empress, die Königin der Schwerter, der Teufel und die Hohepriesterin, wow, das haben wir zwei wunderschöne Karten, die das hier einrahmen. Das Geschenk ist vielleicht ein Mensch, wir hatten vorhin den Herrscher, jetzt haben wir die Herrscherin, vielleicht ein Mensch, der ganz viel Liebe hat, der höchstwahrscheinlich auch schon in deiner, vielleicht ist er auch schon in deinem Feld, das ist vielleicht auch die Königin der Kelche, dieser Mensch, kann auch ein Mann sein, muss keine Frau sein und er hat ganz viel Liebe für dich und du bist für ihn auch die Herrscherin, du bist für ihn das Größte, was es gibt. Ja. Und mit der Hohepriesterin hat dieser Mensch auch ganz viel Gefühl für dich und es ist vielleicht auch eine heimliche Liebe, also dass dieser Mensch das da noch gar nicht gesagt hat und oder es ist eine sehr kosmische Liebe, sehr tiefe Liebe, Seelenliebe, ja. Aber hier auch mit dem Teufel, das habe ich ja eben schon gesagt, es tricksert dich, du bist angetricksert und dieser Mensch, der als Geschenk kommt, zeigt vielleicht auch noch nicht diese Liebe, ja. Das ist dieses Geheimnis, von dem ich hier gerade geredet habe. Und er kommt auch, um dir Dinge zu lehren, also er wird dich tricksern, aber nicht auf der bösen Art und Weise, sondern damit du dich öffnest. Und vielleicht zeigt er sich deswegen auch im Moment noch ein bisschen kühler und ein bisschen, also wenn du, wenn der Mensch schon in deinem Leben ist, zeigt er sich sehr objektiv und sehr neutral, sehr klar, aber auch eben keine Gefühle. und das ist noch ein Geheimnis und ja, entweder ist es so, dass du das dann als Verführung siehst oder dass du dich von ihm angetricksert fühlst, vielleicht weil er eben die Gefühle auch nicht zeigt, aber er kann sie ja gar nicht zeigen, weil du bist ja gar nicht bereit. Das ist das Geschenk, ein Mensch, der ganz viel Liebe hat, der auf der Seelenebene kommt oder auf der Spirit, also der auf alle Fälle wo eine kosmische Liebe ist, würde ich sagen, die aber noch nicht gezeigt wird, weil du hier noch, ja, das könnte eben auch dieser Mensch sein, weil du noch gar nicht bereit bist. Was sagt uns denn noch die Karten? Gibt es hier noch einen Hinweis? die Königin der Pentakel, der Hermit? Ja, also dieser Mensch zeigt sich noch nicht. Er zeigt sich noch nicht wirklich. Also er zeigt zumindest noch nicht die Gefühle und er zeigt sie erst, wenn du dein Licht zeigst. Er zeigt sich erst, wenn du in deiner Kraft bist, wenn du dich traust, Liebe in deine Liebesgeschichte zu lassen. Dann zeigt er sich mit dem Chariot. Das ist jetzt spannend. Wir haben noch die Justice und wir haben die Temperance, zwei Karten, die von Gleichgewicht sprechen. Finde ich jetzt auch wieder sehr spannend, weil also hier kann was Gutes passieren, auf alle Fälle. Also das ist eine unheimlich positive, also dieser Mensch möchte dir nicht wehtun, weil wir ja auch hier den Teufel haben, sondern er möchte dich vielleicht auf was hinweisen und das tricksert dein inneres Teufelchen beziehungsweise deinen inneren Schatten. Er möchte, dass du dein Licht zeigst, dann zeigt er sich auch und dann kann diese Verbindung ausgeglichen und gerecht gelebt werden. Hier geht es vielleicht aber auch noch um Be- und Verurteilung. Das heißt, es könnte sein, dass du diesen Menschen gerade noch verurteilst oder dich selber verurteilst, der mit reinem Herzen auf dich zukommt. Und hier gilt es wirklich in seine Mäßigkeit zu kommen und seinen Horizont zu weiten. Ja, seinen Horizont zu weiten. Das ist hier ganz wichtig und wenn du das nicht tust und dich nicht traust auf der geistigen Ebene dich zu öffnen und vor allen Dingen auch dich zu reinigen und neue Wege zu gehen, dann wird dieses Geschenk gar nicht zu dir kommen, dann wirst du es nämlich gar nicht wahrnehmen. Also hier ist noch ein bisschen innere Arbeit, also mehr wie in Stapel 1 und Stapel 2 ist noch ein bisschen innere Arbeit angesagt, ganz deutlich. aber das Geschenk ist wunderschön. Das ist Liebe, es möchte fließen, es ist eine Liebe, die auf der Seelenebene kommt, auf der kosmischen Ebene, sage ich mal, auf der neuen Welt Ebene und die zeigt sich aber noch nicht. Der Mensch zeigt sich noch nicht, weil du noch nicht bereit bist. Er zeigt sich erst, wenn du bereit bist. und das Geschenk ist, dass du, dass dieser Mensch aber, und auch diese Liebe, aber das Geschenk ist auch, dass du jetzt den Raum hast, dir eben diese Dinge nochmal anzugucken und in dich hinein zu spüren und dein Geist und auch dein Herz natürlich zu öffnen. So, was haben wir jetzt hier von dem Oraculo della Esperanza? Wir haben den Dialog schon wieder und das ist der Dialog mit dir selbst. Erstmal der Dialog mit dir selbst, nämlich mit deinem inneren Monster, mit deinem inneren Teufelchen. Wir haben Veränderungen, wir haben Freude und wir haben die Oration, was so ein bisschen für mich auch bedeutet, also Oration ist eigentlich das Gebet beziehungsweise der Segen, aber hier ist das Herz und wir haben hier Engelsflügel, also geh in dein Herz hinein, geh raus aus dem Außen, geh raus aus den inneren Kämpfen, spür in dein Herz hinein, spür die Liebe, sei selber Liebe, dann wirst du diesen Menschen erkennen und rede mit dir selbst, rede mit deinen Ängsten und deinen Zweifeln und all das, was dich hier abhält, in deine wahre Kraft zu kommen, rede mit dir und rede vielleicht auch mit diesen Menschen, wenn du weißt, um welchen Menschen es geht, dann können nämlich wirklich Veränderungen stattfinden und dann kann hier die Liebe freudvoll gelebt werden und wenn das bereits schon in einer Verbindung ist, dann gilt das Gleiche, was ich eben gesagt habe, hier ist eine Blockade auf deiner Seite, du bist nicht in deiner Kraft, dein Gegenüber meint es gut mit dir, dein Gegenüber möchte dich eigentlich nur in deine wahre Kraft bringen, wenn du mit den Menschen schon Kontakt hast und er hat wahre Liebe für dich und er möchte sie mit dir auch adäquat leben und auf die Reise gehen sozusagen auf eine neue Ebene gehen ja so auch hier möchte ich noch ich weiß gar nicht was mein einer Hund hier macht der schnauft da so blöd rum ich weiß nicht ob ich hier auch noch die Mondkarten lege ich glaube ich lege hier noch eine Mondkarte oder zwei oder ne drei wollen wir aber nicht naja wenn drei raus wollen nehmen wir drei wir haben ehre deine Gefühle ja mit dem ersten Halbmond in den Fischen die Fische ist das wahre Gefühl ist auch die Spiritualität hier mit der Hohpriesterin das ist so ein bisschen die Energie der Hohen ehre deine Gefühle ehre die Liebe vor allen Dingen auch ehre die Liebe die auf dich zukommen will wir haben hier den Last Quotermund im Krebs auch ein Wasserzeichen ja take a breather atme tief ein atme mal tief und spür dich und spür das die Liebe die hier ist und spür auch die Ängste die du hast und setz dich mit denen auseinander und wir haben den Vollmond im Stier das das heißt entgifte hier geht es nicht um die körperliche entgiftung glaube ich sondern hier geht es um die entgiftung von ähm Glaubenssätzen von Werten die man hat von das ist auch hier die Justice die Be- und Verurteilung die vielleicht da ist einem Menschen gegenüber das hat mit Werten zu tun und auch mit dem Selbstwert also entgifte dich entgifte dich auf der geistigen Ebene auf der Herzebene aber auch auf der psychischen Ebene entgifte dich räum auf das ist hier der Teufel das wird eigentlich von diesem gegenüber dann auch mehr oder weniger getricksert ja okay wir haben hier den Ring den Bären und die Wolke und da brauche ich jetzt noch eine Karte Kreuzung also in dem Fall ist der Ring für mich immer wieder ein Zyklus gar nicht ein Vertrag oder so sondern ein Zyklus ich glaube du bist immer wieder in diese Schiene rein wo du an den Punkt kommst eben die Gefühle zuzulassen und die Gefühle zu ehren und es gilt jetzt eine Entscheidung zu treffen und zwar für diese Verbindung dann lese ich den Ring jetzt auch als Verbindung oder aber gegen diese Verbindung die Verbindung ist auf alle Fälle stark die beiden lagen ja auch nebeneinander und du bist aber hier noch sehr 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 ja die Verbindung zeigt sich noch nicht in ihrer ganzen Kraft vielleicht auch ja weil du dich noch nicht entschieden hast oder du tappst noch so im Nebel weil du dich noch nicht gilt ein ganz klares ja oder ein ganz klares nein zu sagen zu dieser Liebe die in deinem Feld ist zu diesem Menschen der zu dir kommt oder schon da ist es gilt ein ganz klares ja oder ein ganz klares nein zu sagen dann wird die Wolke auch wieder klar werden dann wird das wo du gerade im dunkeln tappst auch klar werden und da gilt es natürlich auch die durchzuatmen und in sich hinein zu fühlen und vielleicht eben auch anzugucken was da in dir drin ist was eben ein bisschen toxisch ist das ist nicht der mensch der toxisch ist in dir drin ist noch was toxisches hier mit dem teufel vielleicht aus alten verbindungen ja das noch gehen darf was sich noch angeschaut werden darf hör auf dein Herz und das ja oder nein sollte ein ehrliches ja oder nein aus dir heraus kommen das wird dir hier noch als Hinweis gegeben das Geschenk an sich ist dieser Mensch ist die Liebe und ist auch die Tatsache dass du dich jetzt deiner Blockade nenne ich es jetzt mal stellen darfst ja das ist das Geschenk okay ja dann spüre hinein ob das deine Legung ist oder auch deine Energie hier wenn ja dann freue ich mich dass ich dich mit der Legung unterstützen konnte wenn nein leg die Legung weg ist es eine allgemeine Legung die kann ich auf jeden zutreffen wenn du noch eine Frage hast wenn du noch eine private Lesung von mir haben möchtest darfst du mich gerne anschreiben andreawirk.com ist meine Webseite da ist meine Telefonnummer da findest du meine ganzen Messenger Apps WhatsApp Telegram Signal Streamer und du darfst mich über eine von diesen anschreiben ja ich danke dir fürs mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe weil hier ist was schönes und wenn du dich dem alten stellst was da in dir noch fleucht dann kann es wunderbar werden ja tschüss